Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Problematischer Familienurlaub, ist alles 50-50 der richtige Ratgeber für die moderne Familie von heute? Bevor wir dieser spannenden Frage auf den Grund gehen, ob Adi, Reza, Gulav, Schans, neuer Film, alles 50-50 mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonke in den Hauptrollen, die 106 Minuten Kinozeit am 29.08. wert sind, das werden wir gleich noch sehen, aber vorher will ich Zero erstmal meine heutigen Co-Host begrüßen. Da haben wir zu einem die Mutti des guten Filmgeschmacks, die Mama des Fuck-Yeah-Kalenders und wenn ihr sie an einem 13. hört, ist das definitiv kein Zeichen für Unglück, sondern eher andersrum. Die einzig wahre Schlogger. Moin. Moin, moin. Und außerdem im chaotischen Familienurlaub ist der unbarmherzige Erziehungsberechtigte des Tele-Stammtisch, die väterliche Antithese und der Freund aller TS-Unterstützer, so one and only Stu. Moin. Hallo, vielen Dank für diese sehr korrekte Anmoderation und Vorstellungsrunde. Ich würde sagen, wir starten gleich durch und dann mit der kurzen Zusammenfassung über die Handlung und da hat Schlogger sich nach vorne gedrängelt am Pool des Lebens und it's your turn. Okay, ja, die Zusammenfassung von Alles 50-50. Also wir begleiten hier Marion und Andi, gespielt von Laura Tonke und Moritz und Bleibtreu, die das Wechselmodell praktizieren. Da werden wir noch drauf eingehen. Also sie sind zwei Eltern, die getrennt sind, aber sie sich getrennt um ihr Kind kümmern. Also 50-50, wie auch der Titel schon sagt. Und dann eben sich um ihren Sohn Milan, gespielt von Valentin Tatenhorst. Ich droppe hier einfach schon alle Schauspielernamen. Also wir haben ja getrennte Eltern, wir haben ja den Sohn in der Mitte und diese drei Parteien werden zusammen in den Urlaub gehen. Dabei ist aber jetzt nicht nur dieses zerstückelte Familiengespann, sondern auch noch der neue Partner von der Mutter, von Marion, gespielt von David Gross. Robin heißt er. Er ist wesentlich jünger als Marion. Das wird zu so ein paar kleinen Reibereien kommen und Abbruch Reibereien. Wir verfolgen hier dann eben diesen Urlaub und sind da einfach so ein bisschen dabei, was da so alles passieren kann, wie es Milan geht, was es da für Reibereien gibt. Und ob das Ganze lustig ist, werden wir jetzt gleich besprechen. Ich sag mal dem Film angemessen Grazie. Und ja, meine erste Frage, wir fangen ganz klein an. Da sind ja doch ein paar Kinderdarsteller mit am Werk und es kommt ja viel Slapstick und Körperhumor dann vor. Wie haben euch denn so die, gerade im Bereich zum Humor, weil wir sprechen über eine Komödie, die Kinderdarsteller gefallen? Wie bist du? Ähm, ja. Ich find's immer ein bisschen schwer, irgendwie zu sagen, Kinderdarsteller, Darstellerin ist irgendwie nicht gut und nicht überzeugend, weil es halt eben Kinder sind. Ich finde, wenn die nicht so gut sind, ist es meistens ein Problem der Regie. Ich muss aber sagen, hier in dem Fall ist hier kinderdarstellerisch, ist hier nichts dran, was mich begeistert. Aber das war auch nichts Schlimmes. Das war halt eben, ja, um es mal Hand zu haben, Business as usual. Ich hab mir das gut und gerne gefallen lassen, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt hier besagen würde, boah, das hat mich umgehauen. Also bei mir, ja, sorry, ich hab's jetzt einfach reingegriffen. Ja, dieser Milan, als der Film anfängt, dachte ich schon kurz, okay, da muss ich mich aber jetzt abfinden mit diesem Schauspiel-Talent, in Anführungszeichen, den wir hier sehen. Ich bin da ein bisschen reingerutscht in ihn, hab mehr verstanden, wie er da spielen will und was er da machen will. Und es kommen ja noch ein paar andere Kinderschauspieler, weil er neben diesem reiche Leute-Ressort, in das die Familie gehen wird, auf einem Campingplatz noch mehr Kinder treffen wird. Und die fand ich eigentlich ganz nett. Die haben mir gefallen. Gerade wegen Humor. Ich wollte da mit drauf hinspielen. Wir haben eigentlich einen Humor-Urgestein mit Axel Stein. Das ist ein ganz schlechtes Wortspiel. Mit Axel Stein mit am Start. Und bei ihm ist mir irgendwie besonders jetzt aufgefallen, also ich kann schon vorweg sagen, so viel Positives zum Film kommt von mir heute leider nicht, dass er gerade diese Sachen wie so Slapstick und körperlichen Humor, den, finde ich, hat er komplett verhauen. Und, also er hat ja die Erfahrung gegenseitig zu den Kinderdarstellern. Und da bin ich, wie weißt du, wenn die es mal nicht ganz so gut machen, finde ich es auch, liegt es an der Regie oder die haben bald nicht die Erfahrung. Aber meiner Meinung nach hat er da ganz besonders groß abgekackt. Ja gut, aber da ist jetzt die Frage, du sagst jetzt Slapstick, aber der Film ist ja gar nicht so sehr auf Slapstick-Humor aus. Also bei Axel Stein, finde ich, ist das Schöne. Also ich mag Axel. Ich würde mich jetzt hier als Axel Stein-Fan bezeichnen. Ich bin ja mit ihm groß geworden, kann man sagen. So mit knallharte Jungs, Hausmeister Krause. Und ich finde, dass Axel Stein schon, der hat diese, wie sagt man im Englischen, diese Funny Bones, besitzt der einfach. Und der funktioniert in diesem Film ja wirklich einfach nur als Kontrastprogramm zu den beiden Hauptdarstellern. Also Laura Tonke und Moritz Bleibtreu, die ja so ein, ja ich möchte sagen, so ein Juppie-Paar aus der Großstadt sind. Und da ist ja Axel Steins Figur eher so ein bisschen alternativ. Deswegen, wenn du natürlich Slapstick-Humor erwartest mit einer gewissen Körperlichkeit, der ist hier halt eben einfach nicht so sehr im Zentrum des Films. Herr Schogger, bei dir? Humortechnisch? Bei Axel Stein jetzt bleiben wir jetzt erstmal humortechnisch. Also der ist mir, ich würde auch sagen, dass der Film jetzt nicht auf Slapstick und Körperlichkeit spielen will. Und deswegen ist mir das auch nicht negativ aufgefallen, weil ich es auch gar nicht erwartet habe. Also jetzt von Axel Stein vor allem jetzt. Gerade bei mir mein Humorzentrum betroffen haben eigentlich wirklich, ja doch hin und wieder Laura Tonke mit der Großmutter oder Mutter von Axel Stein auf dem Campingplatz. Das fand ich ganz lustig hin und wieder. Aber vor allem haben mir David Cross und Moritz Bleibtreu mit ihrem Schlagabtausch gefallen. Das war für mich das eins der positiven Merkmale des Films, die beiden zusammen, die Aktivitäten. Ja, also gerade die David Cross-Figur, der ist ja so ein Naivling, so ein junger Naivling und das Zusammenspiel mit ihm und Moritz Bleibtreu war schon echt amüsant. Das war auch echt schade, dass sie daraus nicht viel gemacht haben, weil es verpuffte ja irgendwie so. Es gab so ein, zwei Momente und danach wurde es auch nie wieder so richtig aufgegriffen. Aber das ist ja eh so eine Sache des Films, dass er recht viele Sachen immer so in den Ring wirft. Aber dann nach irgendwie ein paar Minuten hat man das Gefühl, es ist so wie so ein Kind. Es möchte mit allem mal spielen, aber dann, wenn das Spielzeug ausgepackt ist, weiß es nicht mehr so richtig, was soll ich jetzt mit dem? Hat keine Lust mehr drauf. Da gibt es halt einige Situationen und Szenen oder einfach Figuren. Ich möchte hier nur Bademeister mal so nennen, der ja auch groß eingeführt wird und dann über die Hälfte des Films weiß der Film auch gar nicht mehr so genau, was will er mit dieser Figur jetzt eigentlich einstellen. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, wir haben erstmal diesen Bademeister, der eben so als Rahmenhandlung, so das Narrativ, der fängt an die Geschichte zu erzählen als Außenseiter. Den haben wir und dann haben wir zwei große Teile, die in diesem Film vermischt werden. Einmal dieses eher alberne, was jetzt zum Beispiel durch Robin dargestellt wird, also den neuen Partner und dann eben auch durch Robin und Andi, also Moritz Bleibtreu und David Cross. Und dann ist in diesem Film ja auch noch versteckt, neben diesem komödiantischen Anteil, so ein halb ernster Anteil über eben dieses Familienzusammenspiel. Und dieses Genre-Mix oder dieser tonale Mix, der kam manchmal zu wirr durcheinander. Also will der Film jetzt so halb was Reales darstellen und auf realen Füßen stehen oder will der hier völlig albern sein und total irreale Figuren einführen, die sich so niemals verhalten wollen, das würden. Das war bei mir, kam mir das manchmal sehr komisch vor. Also ich finde halt auch gerade dieser komplette Strauß an Themen, der nimmt ja, will alles mitnehmen. So Beziehungskomödie hast du drin, Familienkomödie, Urlaubskomödie und dann noch so ein bisschen Gesellschaftssatire. Aber nicht so wirklich und das finde ich gerade für den Zuschauenden schwierig. Ja, woran soll ich mich jetzt festhalten? Was gibt's mir am Ende? Was willst du am Ende sein? Da ist er ein bisschen, ja, losgelöst von allem und nichts Ganzes. Also er ist schon durchweg überdreht. Der ganze Film ist halt überdreht und ich finde, im ersten Akt und im dritten Akt macht er es auch ganz gut. Im Mittelteil hat er mich echt teilweise stark verloren. Auch wenn es halt eben diese, der David Cross, Moritz Bleibtreu-Szenen gibt. Aber ich muss auch sagen, so im Mittelteil dachte ich mir auch so, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber wer halt die Regiearbeiten davor von dem Regisseur kennt, also gerade jetzt JGA oder die Goldfische, da war er auf ähnlichen Spuren unterwegs. Muss aber sagen, von seinen bisherigen drei Filmen ist für mich auch alles 50-50 der, der am unrundesten ist. Ich muss ja auch nochmal einschmeißen. Ich glaube, Zero, du hast schon angeteasert, dass du wenig Positives zu sagen hast. Da werde ich schon mal sagen, dass ich hier dein Gegenpol sein werde. Und dieser Robin, also für mich, der Film, also dieses Irreale, dieses überdrehte Komödienanteilige und eben dieser halb ernste Anteil. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Film ernst ist, aber er hat durchaus Wurzeln, über die man sprechen kann. Und dieser Robin, der hat für mich so eine Albernheit reingebracht. Ich habe alles gehasst an dieser Figur. Ich fand alles scheiße. Ich mag David Cross echt gerne. Aber der Robin, das war so eine überdrehte, ich verhalte mich nur so, weil ein Drehbuch das schreibt, Figur, der hat mich ultra krass genervt. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen des Films, die ich tatsächlich ganz gut fand, wo wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Aber wo es jetzt gerade so um, zwischen Robert, also Robert, zwischen David Cross und Moritz Bleibtreu ging, ich fand die Figur Robin echt ultra nervig. Und dass die, meinetwegen, wenn man die rausgeschnitten hätte, hätte mir der Film besser gefallen. Das ist hart, das ist sehr hart. Dann hätte der Film mir noch weniger gefallen. Also nicht wegen der Figur, ich fand nur das Zusammenspiel von den beiden wirklich gut. Für mich hätte eher der schon erwähnte Hotelbademeister Paris, der war für mich komplett überflüssig. Ja, den kann man auch rausschneiden. Ich fand den nicht so schlimm, weil der, ja, aber der hätte auch wegbleiben können. Also das letzte Mal in dieser Figur des Paares ist ja, er fängt ja damit an, dass er den Film quasi einleitet als Voice-Over. Und dass er so ein bisschen auch als, ich möchte nicht sagen, als Vaterersatz fungiert, aber es ist ja derjenige, der dem Jungen da irgendwie das Schwimmen beibringen will, aber es dann doch nicht wirklich macht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hatten was irgendwie mit ihm vor, aber im Laufe des Drehbuchprozesses hatten sie keine Ideen mehr. Und das ist bei ganz vielen Sachen in dem Film so, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, sie haben da eine Idee, wissen aber nach ungefähr der Hälfte der Zeit nicht mehr, was sie mit dieser Idee anfangen sollen. Zum Beispiel auch mit dem Robin oder Robbie, dieser David Cross-Figur, der halt irgendwann auch weg ist. Und das fand ich schade, auch muss man sagen, ich weiß, ja, ja, muss ich auch sagen, der Film hat auch ein bisschen für mich das Problem gehabt, dass er dann doch vielleicht hin und wieder mir ein bisschen zu didaktisch unterwegs war. Weil ich hatte mich eingestellt und das war auch meine Erwartungshaltung auf eine sehr überdrehte Komödie. Und weil sie von Anfang an überdreht ist, war es mir auch egal, dass diese Eltern, also Laura Tonke und Boris Bleibtreu, ein Leben leben, das anscheinend wirklich sehr luxuriös ist. Also die haben gute Jobs als Anwälte, also für die ist auch Geld kein Problem, die können auch mal so einen Sportwagen einfach mal so in der Gegend stehen lassen. Kein Problem, who cares? Das fand ich nicht so wild, aber ich finde halt, dass er manchmal ein bisschen zu sehr mich belehren wollte, was halt eben so das Thema Kindererziehung angeht. Und ich habe keine Kinder, ich bin in keiner Beziehung, also deswegen war das so eine Sache, wo ich sage, ja, ich kenne Minimum eine in meinem Bekartenkreis, die wird das abfeiern, aber ich gehöre nicht dazu. Und ja, deswegen, es hat halt für mich öfters mal so das Tempo rausgenommen, auch wenn natürlich so Themen wie paritätische Doppelresidenz nicht so verkehrt sind. Vielen Dank, ich bin sehr stolz, das hast du sehr schön gesagt. Ich kann wirklich PDA jetzt zumachen, oder? Paritätische Doppelresidenz, wow. Dann können wir aber den Schluss ziehen, nämlich zur Anfangsfrage eigentlich. Ist alles 50-50 der richtige Ratgeber für moderne Familien von heute? Also das Wechselmodell. So, Schlogger, jetzt bin ich gespannt. Ich enthalte mich hier, vollkommen. Bin ich gespannt. Ob es ein Ratgeber ist? Nee, aber ich fand es total toll. Boah, jetzt muss ich meine Mitschriebe hier aufmachen. Also, nein. Also ich fand es total toll, dass es mal einen Film gibt, der nicht nur über das Wechselmodell spricht, sondern dass es auch positiv dargestellt wird. Also wir lernen ja gleich die Eltern kennen. Und dann sagt der Vater auch sowas wie, du, ich hatte ihn jetzt die letzten paar Weihnachten nicht, ich will ihn gern unbedingt sehen. Also dass wir hier, wir kriegen hier nicht nur das Wechselmodell gezeigt, sondern wir kriegen hier auch Väter gezeigt, die sich unbedingt um ihre Kinder kümmern wollen. Das ist ja immer noch so ein Klischee, dass der Vater abhaut, sobald man sich trennt. Und dass es absolut nicht möglich ist, sich irgendwie friedlich zu trennen. Und hier, was du vorhin meinte mit der paritätischen Doppelresidenz. Also paritätisch heißt, dass man sich fair aufteilt, 50-50, deswegen alles 50-50. Und Doppelresidenz, Residenzmodell ist das, was in Deutschland auch verbreitet ist. Das heißt, dass das Kind bei einem Elternteil am meisten wohnt. Das ist dann halt meistens die Mutter. Und so an jedem zweiten Wochenende oder wie auch immer die Regelung ist, dann zum anderen Elternteil geht. Meistens der Vater dann noch. Und das Wechselmodell dagegen ist halt, dass die Zeit genau gleich aufgeteilt wird. Und das kann eben total gut funktionieren. Vor allem, da moderne Väter immer mehr sich wirklich um ihre Kinder kümmern wollen und das auch zugelassen wird. Sei es von, keine Ahnung, ich will jetzt nicht den Müttern in den Rücken fallen. Oder auch von den Arbeitgebern oder weil sie es einfach wollen. Und dass das total gut funktionieren kann und dass man auch nach einer Trennung noch ein Elternpaar sein kann und sich freundschaftlich gegenüberstehen kann. Auch wenn man kein Liebespaar mehr ist, das fand ich hier in dem Film auch gut dargestellt. Da gibt es ein paar kleine Sachen, die mich dann natürlich gestört haben, die das Ganze so ein bisschen untergraben. Aber hier einfach mal dieses Thema zu sehen von einem Wechselmodell von Eltern, die sich wirklich um ihr Kind kümmern wollen, dass sie dabei Fehler machen. Das ist ja hier der Gag auch in dem Film, dass eben von der Lehrerin direkt am Anfang gesagt wird, Ich glaube, sie haben nicht 50-50, sondern sie haben eher 40-40 und ihr Sohn nutzt die Lücke dazwischen aus. Das ist halt, wie gesagt, der Gag des Films und der Aufhänger. Das hat mich dann nicht so gestört. Aber überhaupt dieses Thema mal in einem deutschen Film auch noch freundlich behandelt zu sehen, das fühlt es für mich richtig so an, als hätte der Regisseur Ahnung davon. Und das hat mir gut gefallen. Und jetzt die Frage, ob das jetzt zu preachy ist, das weiß ich nicht, weil mir hat das, was ich da gesehen habe, das kann ich nur noch mal sagen, ich fand das einfach schön. Es geht ja um das große Thema, dass der Sohn schwimmen lernen soll und dass die Eltern jeweils denken, der andere hätte sich drum gekümmert. Da sieht man hier offensichtlich, die haben doch ein paar Kommunikationsprobleme, weil eigentlich sprichst du sowas ab, weil du musst dich ja in der Erziehung trotzdem noch absprechen. Und dann kommt auch dieser Schwimmlehrer rein, der ihm dann eben Schwimmen beibringen soll, das aber nicht richtig macht, beziehungsweise so auf seine Methoden, wie auch immer die man denn jetzt gutheißen soll. Und da kommt eine Szene, wo die Eltern dann sich doch zusammentun, um ihrem Sohn das Schwimmen beizubringen. Nämlich der Vater will es ihm sozusagen alte Schule beibringen und sagt sowas wie, ich weiß es nicht mehr genau, es ist ja ewig her, dass ich den Film gesehen habe, der sagt sowas wie in die Richtung, du musst es jetzt schaffen, du willst doch kein Versager sein und wenn du das jetzt nicht kannst, dann bist du aber ein Versager. Irgend sowas in die Richtung, oder? Wisst ihr das noch? Ja, der geht mich nur noch erinnern, dass da eine Feuerqualle dann vorkommt. Okay, aber was er dann sagt, weißt du nicht mehr. Ja, aber irgendwas Altmodisches wie, ja, du musst das jetzt schaffen, sonst bist du ein Versager, sonst lachen die über dich. Also sowas richtig Altbackenes, was man so von früher kennt. Also der Vater ist ja auch total modern, aber man merkt schon klischeehaft, die Mutter hat alle Ratgeber gelesen. Der Vater schenkt seinem Sohn andauernd Sportgeräte, die er aber nie benutzt, weil er nicht checkt, dass sein Sohn da herzlich wenig Bock drauf hat. Und dann ist da diese Szene, wo der Vater dann total frustriert seinem Sohn das Schwimmen beibringen will und dann eben diese Sprüche raushaut und sagt, du willst doch kein Verlierer sein. Und dann kommt die Mutter, aber die schnauzt ihn nicht an, sondern die sagt ihm das ganz ruhig, auch auf so eine bedürfnisorientierte Art, also so liebevoll, sagt die dann, glaubst du, das ist der richtige Weg? Meinst du nicht, ich höre jetzt noch die Stimme von meinem Vater, der zu mir sagt, ich sei ein Verlierer, wenn ich nicht alles perfekt mache. Und das fand ich so schön, wie sie dann zusammen beschließen, auf so eine liebevolle, herzliche Art, was heißt beschließen, wie sie dann ihrem Sohn auf eine liebevolle, herzliche Art das Schwimmen beibringen und auch einfach kommunizieren, das hat mir richtig das Herz geöffnet. Sorry, also da hat der Film mich ganz anders erreicht als euch offensichtlich, weil ich aber auch nicht diese krass überzogene Komödie erwartet habe. Jetzt du, sorry. Ja, ich muss auch sagen, also das ist halt auch wirklich so, ich sagte schon Klischeefiguren und was du ja gesagt hast, die Mutter ist wie gesagt diejenige, die irgendwie drei Ratgeber gleichzeitig liest und immer glaubt zu wissen, nur weil sie das Buch gelesen hat, das muss jetzt aber so stimmen und richtig sein und der Vater ist halt so, ja gut, ich habe es ja auch so gelernt, aber trotz allem haben sie zumindest immer noch so ein bisschen was Menschliches. Also es sind Klischeefiguren, es sind Stereotype, die da gezeigt werden, aber ich finde, der Film kriegt es zumindest hin, dass er sich auf der einen Seite über diese Leute lustig macht, aber mir auch aufzeigt, dass halt so eine Erziehung im Wechselmodell dann auch durchaus auch eine gewisse Forderung mit sich bringt, eine gewisse Anstrengung. Das fand ich eigentlich noch ganz sympathisch. Auch wenn ich halt sagen muss, es war mir wie gesagt vor allem Mittelteil manchmal dann doch zu didaktisch aufgezogen für eine Komödie. Und so wie du sagst, so klischeehaft, ich sehe die Klischees auf jeden Fall, aber so krass überzogen fand ich sie dann gar nicht. Also es wird so ein bisschen aufgelöst. Nee doch, für mich war das schon, also im Guten wie im Schlechten. Also es gibt diese, einer der ersten Szenen ist, wie die Eltern in der Schule sind und wie sie da mit den Lehrern, glaube ich, die Direktoren verhandeln. Das ist eine wunderbar schön geschriebene komödiantische Szene, voller Klischees, aber die funktioniert. Aber dann hast du halt eben auch die Sache, dass natürlich er mit dem Sportwagen unterwegs ist und solche Sachen. Aber das stört mich bei dieser Art des Films nicht, weil der Film für mich relativ klar gemacht hat von der ersten Minute an, das ist alles überdreht, das sollte man auch nicht zu ernst nehmen, deswegen bin ich damit fein. Aber gerade, wo du sagst, nicht zu ernst nehmen, da kommt bei mir gerade zum letzten Drittel das Problem, wenn man nämlich von dem Resort oder Hotel wechseln zu so einem Campingplatz, das ist immer von denen mit so ein bisschen, zwischendurch als Zuschauer, glaube ich, denkt man auch so ein bisschen Neid, weil die andere Familie, wo sie dann sind, doch eigentlich ganz viel Spaß hat und alles. Aber der letzte, fast letzte Spruch, der dann nochmal in der Dusche kommt von dem Jungen und der beiden Eltern so eine Art, das eigentlich doch Hotel geiler ist, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist dann auch dieses Runtergegucke und das zieht er dann doch schon ganz klischeehaft ab und es hat mich dann jedes Mal so teilweise rausgeholt, fand ich halt dann wirklich nicht mehr cool, also in dem Rahmen. Ja, also dieses, dass die so oberreich sind und so schnöselig und das mit dem Sportwagen, das finde ich auch alles ultrascheiße, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber als jemand, der Campen auch Kacke findet, konnte ich den Spruch einfach, habe ich gedacht, ja, sehe ich genauso. Ich muss jetzt nicht in meinen reichen Ressort, aber dass ich Campen doof finde, habe ich dann schon auch nachvollziehen können. Ja, ich meine, der Film zeigt dir ja letztlich, es kommt auf dich drauf an, was du aus deinem Urlaub machst. Nicht nur aus der Erziehung deiner Kinder, sondern auch aus deinem Urlaub. Und wenn du halt genügend Geld hast und dir dieses Duxus-Ressort leisten kannst, dann kannst du damit Spaß haben. Du kannst aber auch mit deinem Campingplatz deinen Spaß haben. Und ich muss ehrlich dabei sagen, wenn es nun darum gehen würde, mit wem ich lieber einen Abend verbringen würde, dann würde ich tausendmal lieber auf dem Campingplatz mit Axel Stein, die sieht er, von Katan spielen, als irgendwie mit Laura Tonko und Moritz Bleibtreu bei einer Weißweinschorde da sitzen. Ganz ehrlich. Da gebe ich dir 100 pro Recht. Ich würde mal sagen, jeder bringt nochmal einen guten Punkt beim Film an, weil ich habe noch einen richtig störenden Faktor. Ich muss da leider wieder drauf gehen. Ich kann sowas nicht vergessen, wenn da einfach mal Leute, die rumschnackseln, die eigentlich in der Beziehung sind und dann als die Protagonisten dargestellt werden. Das geht mir immer komplett gegen den Strich, weil ich wünsche denen danach halt nichts Gutes mehr im Film. Und das sind halt die beiden Eltern. Sie hatten einen Freund und es gibt dann eine Liaison zwischen den beiden irgendwie wieder. Und das macht mir die Figuren dann so ein bisschen kaputt, weil es ist halt auch unnötig. Selbst wenn die da nicht mal schnackseln, hätte der Film genauso vom Humor weitergehen können. Finde ich immer sehr schade. Wie seht ihr sowas im Film? Wurdest du schon mal betrogen? Ich spüre da hier direkt, da ist ein Trigger, der wird gesetzt. Ich glaube nicht. Okay, gut. Ich habe es schon mal, aber ich finde das nicht schreit. Ohoho, okay, cool, okay. Also ich habe es ja schon erwähnt, ich mochte eigentlich den Aspekt, dass ich fand, dass die zwei so ein schönes Paar waren und so ein schönes Team. Also jetzt als Elternpaar, nicht als Liebespaar. Und deswegen hat mich das mit dem Schnackseln auch ein bisschen genervt. Aber ich finde, der Film löst das gut auf. Nur dieses mit dem Fremdgehen, ich mochte Robin ja eh nicht von dir daher. Leide, du Sau. Also ich hätte das auch nicht gebraucht. Mir war irgendwie klar, es wird kommen, weil der Film dann doch sich auf sehr gewohnten Bahnen unterwegs ist. Hat es mich gestört? Nee, es hat mich überhaupt gar nicht gestört. Es ist halt auch irgendwie menschlich, sage ich mal. Hä? Wieso ist das menschlich? Nein, dass du das so fremd schnackst, der Trieb, die Lust überkommt dich, das ist halt menschlich. Fehler machen, okay. Fehler machen, genau. Das habe ich gesucht, Fehler machen. Deswegen macht es die Figuren für mich weder besser noch schlimmer, jetzt weil sie geschnackselt miteinander haben. Wie gesagt, ich hätte es nicht gebraucht, aber es gäbe Sachen, die hätte ich schlimmer gefunden. Also was ich, wenn sie jetzt einfach gesagt haben, gut, wir haben jetzt Axel Steins Kinder entführt und wir, mal gucken, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das fände ich, glaube ich, schlimm und unsympathisch. Aber dass sie halt wieder zueinander kommen, vermeintlich, man weiß es nicht. Ja, aber es ist mir relativ Wumpe, ganz ehrlich. Aber jetzt, was mir noch Positives einfällt. Also ich mochte auch irgendwie, als ich dann so halbwegs verstanden habe, wie ich diesen Milan, diese Kinderschauspieler, wie ich mit dem klarkomme, ich mochte dieses Campingplatz Kindersommer, diese kleine Thematik. Ich fand die irgendwie ganz süß. Die hat bei mir auch geklickt. Ich muss auch sagen, das hatte sowas, also im positiven Sinne auch sowas romantisches. So eine romantisierte, fast nostalgische Sicht auf Urlaub, als man noch Kind war. Also so das Größte war, einfach nur irgendwie morgens aufzustehen, rumzulaufen, abends nach Hause zu kommen und ins Bett zu gehen. Ja, und dir ist auch scheißegal, ob du in einem reichen Ressort bist, dann krabbelst du eben durch die Hecke zu dem Campingplatz nebendran. Also dieses, vor allem als Kind, du gehst auf den Campingplatz los und da sind tausend andere Kinder. Irgendwie fand ich das nett. Ja, es hat mich, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt wohl eine total bekannte Buchreihe, die wurde auch, jetzt gibt es ein paar Filme und die ersten drei sind echt toll. Es hat mich so ein bisschen an Greg's Diary erinnert, so mit diesen Abenteuern, die sie erleben. Und es ist halt, das Problem ist halt, es ist ein bisschen viel alles, also in dem Film steckt viel drin und sie können nicht alles ausspielen. Aber ich fand es schön. Also ich fand diese, diese Geschichte zwischen dem Jungen von den beiden Staranwälten und halt eben der Tochter von Axel Stein, fand ich echt ganz süß. und ich, vielleicht habe ich auch nichts auch daran, weil ich habe so eine kleine Schwäche für so junge Liebe. Ich bin ja im Herzen Romantiker. Ah ja. Ja, witzig, Greg's Tagebuch habe ich auch gerade erst gesehen, jetzt wo du sagst, ja so ganz bisschen vielleicht, auch wie der Junge dann, was der dann macht. Also wir haben ja dann ein bisschen Fokus auf ihm dann. Jetzt nicht, dass der sympathisch ist oder dass es jetzt logisch ist, was er da macht, aber es war irgendwie so ein kleiner Kinderfilm dann mittendrin auch noch. Genau, genau. Mir fehlt dann noch der Käse, ja, der legendäre Käse am Basketballplatz. Der Käsefluch oder so, ja. Genau, genau. Aber ja, es war schön. Also alle, die Greg's Tagebuch nicht kennen, also ich kenne es leider auch, aber nur die animierten Sachen. Ich habe schon dabei, so ein Kinderfilm. Ich kann euch sehr empfehlen, diese Trilogie Rico und Oskar, die sind auch ganz toll. Ah ja, das habe ich gehört. Die soll wirklich gut sein. Auch die Bücher. Bücher lese ich nicht. Aber dieser Kinder-Vibe, der kam, da muss ich auch sagen, im Nachhinein, das hat schon Spaß gemacht. Oh, positiv. Sie hören hier exklusiv positive Worte von Stu, äh, von Stu, von Zero über diesen Film. Entschuldigung. Ich habe, Stugger hatte ich, Zero. Stugger hatte ich. Also es gibt da wirklich, wie gesagt, die Anfangsszene, ja, die Anfangsszene finde ich wirklich super, da geht mit Tempo und Dialogwitz rein. Ey, da habe ich auch gelassen. So ein Schlugger saß ja sogar neben mir während des Guckens im Film und ich habe auch ein paar Mal, ich habe ein paar Mal gelacht, ich gebe es ja zu, der hat ja auch ein paar Witze. Ich habe auch ein paar Mal über eine Bademeister gelacht und im Nachhinein finde ich den halt also dumpf und überflüssig und, äh, ja. Ich hätte gerne das Tempo vom Anfang gehabt. Ich finde auch, diese Witze mit dem Tempo, da hätte die Griechen sagt er im ersten Akt super an, sobald die dann aber im Urlaub sind, finde ich, verliert es sich so ein bisschen und dann gegen Ende, wenn halt der Campingplatz so mit reinkommt, dann kriegt er sich wieder. Aber, ja, ich muss auch sagen, da läuft nicht alles rund. Das auf jeden Fall, ja. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich kann nur halt sagen, dass mich die Thematik so gefreut hat, dass die hier so positiv beleuchtet wird und so viele schöne, ähm, gute, kommunikative Dinge auch eingeflochten worden sind. Ich habe, glaube ich, auf Letterboxd damals, ähm, als Review auch ein Zitat von dem Schwimmlehrer geschrieben. Ich glaube, wenn man das nicht so aufnimmt wie ich, dann ist das voll der üble Klischee-Scheiß. Aber ich lese es mal kurz vor. Er sagt dann an einer Stelle, mein Vater hat gesagt, dass man Liebe mit dem Bauch entscheiden muss. Man spürt es einfach. Aber mein Vater hatte Unrecht. Bei der Liebe ist es wie mit dem Schwimmen. Man entscheidet das mit dem Kopf. Wenn du denkst, dass du untergehst, dann wirst du auch untergehen. Und das fand ich so schön, weil das so wahr ist, dass es eben wie beim Schwimmen, wie bei der Liebe auch darüber geht, ja, äh, wenn ich halt mit der Einstellung reingehe, das klappt eh nicht. Und auch beim Leben ist es so, dann wird es halt auch schief gehen. Also klar, du bist nicht der einzige Schmied deines Glücks, aber deine Einstellung macht eben ganz viel aus. Und so finde ich, hat dieser Film ganz viele wertvolle, kleine Dinge versteckt. Und der war für mich dann einfach gar nicht diese Komödie, das hätte mir dann weniger gegeben, sondern einfach ein kleines wertvolles Filmchen verpackt in der Komödie. Ja, äh, das ist doch Quatsch. Ich denke gerade über den Satz noch nach, den ich schon 30 Mal gelesen habe. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Mein Vater hat gesagt, in der Hüfte entscheidest du, ob es Liebe ist. Nein, ähm, auch beim Schwimmen. Habt ihr noch irgendwas zum Filmen? Und ich würde schon sagen, wir können das Fazit springen. Fazit. Dann, äh, überlasse ich, ähm, heute mal dem Mann den Vortrag. Ja, neben einer sehr ausgeprägten, ähm, didaktischen Ausformulierung, wie gut oder schlecht das Wechselmodell ist, bietet alles 50-50 dann doch eine recht ansprechende Komödie, die ein paar Tempoprobleme hat, die gerade im Mittelteil schon wirklich, ähm, einiges an Qualität einbüßt. Aber ich hatte dann doch insgesamt schon eine gute Zeit damit. Ähm, ganz klar, für mich der, der schwächste Film des Regisseurs, der zuvor eben JGA und die Goldfische gemacht hat. Ähm, ich hätte mir auch, glaube ich, ein bisschen weniger Klischees vielleicht auch gewünscht. Ähm, trotz allem, war er jetzt kein schlimmer Film, war ein grundsolide Komödie. wenn man jetzt beweisen möchte, dass aus Deutschland auch gute Komödien kommen, würde ich nicht unbedingt diesen Film jetzt als Beispiel heranziehen, sondern andere, äh, zum Beispiel die ganz, ganz großartigen Zwei im falschen Film mit Marc Hosemann und Laura Tonke, Serie mit empfohlen. Sollte man immer gucken. Ähm, und für mich war es ein, ja, ein solider Zeitvertreib, ein Film, ganz ehrlich, ich bin nicht böse, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin, ich wäre auch nicht böse, wenn ich ihn verpasst hätte. So würde ich zusammenfassen. Es gibt schlimmere Sachen, die man sich im Kino angucken kann. Und deswegen, wenn euch der Film interessiert, dann, ja, rein da, warum auch nicht. Okay, dann hänge ich direkt hinten dran und sage erstmal, ach, daher kenne ich die Laura Tonke aus Zwei im falschen Film. Den Film mochte ich auch ganz gerne. Ähm, mein Fazit hierzu, also ich bin mir bewusst, dass der Film mir gut gefallen hat, weil der halt bei mir einige wichtige Themen, die mich selber auch beschäftigen, äh, angereizt hat. Oder wie auch immer man das in gutem Deutsch formulieren würde. Das heißt, äh, der Film ist schon ein, krasses Mischmas aus hier. Einerseits alberner Komödie und dann bringt er eben diese ernsten Themen mit rein, sodass man manchmal nicht weiß ja, für wen ist dieser Film jetzt eigentlich gemacht. Aber was ich vorhin schon sagte, für mich ist das ein Film über eine tolle Thematik, neben Wechselmodell kann funktionieren, auch eine Trennung kann positiv gemeistert werden. Man kann trotzdem für das Kind da sein. Ein sehr wichtiges Thema. Verpackt in eben einer deutschen Komödie, die hier und da wirklich schlecht ist, aber in Teilen auch sehr gut ist. Gute Inszenierung, dieses Reich-Arm-Thema, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Das ist auch ein bisschen albern, wenn Leute einfach so viel Kohle haben und das alles für sie kein Problem ist mit dem Geld. Naja, egal, das sind alles Themen, die sollten wir hier nicht beachten. Und für mich gibt es da eine Empfehlung, ich hatte eine schöne Zeit mit dem Film. Okay, ich bleibe da relativ kurz. Am Ende weiß ich halt nicht, was ich aus dem Film mitnehmen soll. gerade im komödiantischen Bereich versucht er viel Hitboxen abzusahnen, aber irgendwie bleibt nichts auf der Torte hängen bei mir. Und ja, für mich ist er halt, ja, ich kann ihn nicht auf gutem Gewissen empfehlen, bis auf die ersten 30, naja, kommen 25 Minuten und gleich drei, vier Minuten vielleicht im Film. Ansonsten finde ich, das war eher so ein Nichtschwimmer unter den guten Komödien. Das ist auch schön. Ist halt mal so, ne? Ist halt nicht immer jeder Film für jeden. Ja, muss auch mal. Aber bevor ich jetzt euch beiden Co-Hosts hier die letzten Worte überlasse, will ich den Zuschauenden nochmal, oder Zuhörenden, sag ich auch immer. Was ein Vollidiot. Schaut auch mal auf unsere, das ist schlimm, ne? Schaut einfach mal auf unsere Homepage, tele-stammtisch.de vorbei. Dort gibt es unzählige interessante Podcasts zu allen möglichen brandneuen Filmen und Serien. Natürlich auch zu Comics. Dazu immer sehr starke Gewinnspiele. Und zudem gibt es uns natürlich auch überall, wo es Likes gibt. Ihr wisst schon, ne? Däumchen ist ein Träumchen. Ein Herz verursacht keinen Schmerz. Eure Meinung ist natürlich auch immer wichtig. Darum immer fleißig kommentieren bei allen Socials. Und wem das jetzt alles noch nicht reicht, der kann auch noch auf unseren Discord kommen. Da könnt ihr euch persönlich mit uns austauschen und vielen anderen Film-, Serien- und Comic-Verrückten. und ich verabschiede mich jetzt auch mit einem guten Ratschlag meiner Großmutter damals. Sei kein Dummi. Dann schiebe ich nach vorne. Danke, lieber Zero, für die Moderation. Ich bin es nicht gewohnt, dass Leute das machen. Ich hätte gedacht, dass du das alles letztlich gesagt hast. Ich war schon so im Modus drin, dass ich jetzt auch das obligatorische BWT... Egal, aber das hast du gemacht. Vielen Dank. Es ist echt ungewohnt. Es fühlt sich echt seltsam an. Wo bin ich denn gerade auf? Gut, dann kann ich sagen, es gibt noch beim Tele-Stammtisch auch den Podcast Schocker mit Schlogger, mit der Wertendame hier in der Leitung, der Schlogger und mit mir. Mir! Da muss die, genau, da muss die werte Frau einmal im Monat einen Horrorfilm gucken. Und ich kann euch so viel sagen, die Frau mag viel, aber keine Horrorfilme. Das ist jedes Mal ein großer Spaß. Hört da gerne rein. Immer am 13. erscheinen die neuen Folgen. Wenn ihr jetzt, warum auch immer, weil irgendwas bei euch nicht schief ist, denkt, boah, die Schlogger ist ja, die klingt ja echt interessant, ja, die Frau. Und lieb und nett, ja, ist sie nämlich gar nicht. Kann ich euch empfehlen. Geht mal auf ihre Webseite, www.schlogger.de. Da findet ihr ganz viele von der Frau. Sie ist auch bei Social Media. Instagram, Facebook, Twitter, aka X. Einfach der Handel The, also das englische Artikelwort. Und dann Schlogger, da findet ihr sie. Sie ist auch bei TikTok neuerdings, wobei da ist sie, glaube ich, nicht so aktiv. Zumindest habe ich sie da noch nicht wirklich was posten sehen. Das wird sich gar nicht ändern. Ja, ich bessere mich, ja. Außerdem, die Frau schreibt ja auch Bücher und malt und illustriert Comics. Und es gibt nichts, was diese Frau nicht kann, außer vielleicht zum Mond fliegen. Genau, jetzt passt auf. Sorry, dass ich die unterbreche, aber es ist ganz wichtig. Mein aktuelles Projekt heißt nämlich Trennung mit Kindern. Und da geht es um das Wechselmodell und wie man eine Trennung positiv schafft. Deswegen bin ich halt so drin in diesem Thema und so begeistert, dass es diesen Film gibt. Genau. Also falls euch das noch mehr interessiert. Ja. Wenn ihr es mehr davon haben wollt, dann könnt ihr das sogar käuflich erwerben. Ihr könnt diese Frau finanziell unterstützen, indem ihr ihre Sachen kauft, auf dem Schlogger-Shop.de. Warum ich das jetzt alles gesagt habe, obwohl es Schlogger wesentlich schöner hätte formulieren können, ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ich weiß, ich werde verlieren, aber ich kann so ein bisschen Rasen kaputt treten. Das habe ich hiermit getan. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, wo auch immer, der es hört und sage, Schlogger, du bist dran. Dankeschön. Das hat er mir alles vorweggenommen. Aber falls ihr eben für das Thema Wechselmodell und wie kann ich dann eine Trennung positiv begleiten und sind Trennungskinder für immer traumatisiert, diese ganze Thematik, da ist meine aktuelle Reihe, findet ihr eben auf Social Media, wie es du gerade gesagt hast. Die möchte ich euch herzlich ans Herz legen. So sagt man das. Ich spreche aus Erfahrung, habe mit ganz vielen Eltern auch gesprochen, die sich getrennt haben. Ich habe auch alles 50-50 gesehen und daraus werde ich jetzt ganz viel Inhalt ziehen. Nein, kleiner Scherz beiseite. Aber falls euch das interessiert, guckt doch mal auf Social Media, kann man alles umsonst lesen und wird es dann auch, sobald ich fertig bin, als Buch im Shop bei mir zu kaufen sein. Das war jetzt genug der Werbung. Beim nächsten Film sind wir uns vielleicht wieder einig, aber es ist ja eigentlich viel cooler, wenn man sich nicht einig ist und alle Seiten vertreten werden. Ich danke euch fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich finde schon, das ist ein Trennungsgrund, wenn man anderer Meinung ist in Sachen Filmen. Deswegen, sorry, Zero, aber wir beide sind nicht mehr zusammen jetzt. Und wir auch. Unsere Beziehung hier endet jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.